Die Markgrafschaft Istrien war eine Monarchie an der Atria, die auf dem Gebiet der Halbinsel Istrien existierte. Das Land wurde 1849 gegründet und bildete bis zu seiner Auflösung 1918 ein Kronland des Kaisertums Österreich und Österreich-Ungarns. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde das Land vom Königreich Italien annektiert. Hauptstadt der Markgrafschaft war das heute kroatische Parenz. Geschichte Das Haus Habsburg hatte seit 1364 die Herrschaft über die inneren Teile Istriens erlangt. Die Küstengebiete blieben unter der Herrschaft der Republik Venedig. Im Zuge der Koalitionskriege des revolutionären Frankreichs gegen die europäischen Monarchien wurde Venedig 1797 von Napoleon Bonaparte besetzt und Die ehemalige Adelsrepublik im Frieden von Campo Formio zwischen Frankreich und der Habsburger Monarchie aufgeteilt. Dabei erlangte das Reich zum ersten Mal die ganze Herrschaft über die Halbinsel. Nach dem Zusammenbruch des französischen Kaiserreiches 1814 wurde Istrien im Königreich Ellurin Teil des österreichischen Kronlandes. Nach den Revolutionen von 1848-1849 still im Kaisertum Österreich wurde dieses wieder aufgelöst und die Markgrafschaft Istrien im März 1849 gegründet. Erster Markgraf wurde in Personalunion Kaiser Franz Josef I. Kronland Österreich-Ungarns mit dem Februar-Patent 1861, in dem den Kronländern ein gewählter Landtag und eine vom Kaiser ernannte Landesregierung sowie ein Landesausschuss zu erkannt wurde. Er hielt auch Istrien als konstitutionelle Monarchie weitgehende innere Autonomie. Mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867, mit dem die föderale Doppelmonarchie Österreich-Ungarn entstand, blieb Istrien ein eigenständiges Kronland der österreichischen Reichshälfte, wurde aber ab 1868 zusammen mit den beiden anderen Kronländern reichsunmittelbare Stadt Triest und der gefürsteten Grafschaft Gürz und Gradesgar durch einen K.K. Landeschef von Triest aus verwaltet. Das Wirtschaftswachstum Österreich-Ungarns führte durch den Ausbau des Handels auch in Istrien zu einem gewissen Aufschwung. Insbesondere die Küstenstädte, wie die Hauptstadt Porecz oder Pua, wo sich der wichtigste Kriegshafen der K.U.K. Kriegsmarine befand. Das schnelle Wachstum führte bald zur Einwanderung von Deutschen und Magierien. Auch begehrte die kroatische Bevölkerung auf. Obwohl die Kroaten und Slowenen, vor allem die ländliche Bevölkerung, nicht politisch organisiert waren, spielten sie eine wichtige Rolle in der Kultur und später Bildung des Landes. Es gab zahlreiche neue kroatische Zeitungen, nationalistische Vereine und Kulturzentren. Das erste eröffnete 1886 in Kastav. Vom Ersten Weltkrieg blieb Istrien zuerst noch verschont. Nach der Kriegserklärung Italiens am 23. Mai 1915 wurde auch das Kronland zu einem Kriegsschauplatz der Italienfront. Aufgrund von echten oder angeblichen Sympathien wurden von der gemeinsamen Armee Österreich-Ungarns etwa 60.000 jugoslawisch orientierte Kroaten und Slowenen und Anhänger der Italienreden Traide in Internierungslager in der österreichischen Erplande und den Ländern der böhmischen Krone. Deportiert. Viele starben an Krankheiten und Hunger. In Istrien wurde eine Militärregierung begründet. Auch litt die Zivilbevölkerung durch die Anwesenheit einer großen Zahl von Truppen auf istrischem Boden unter Lebensmittelknappheit. Die meisten Kroaten und Slowenen im Land blieben bis zum Ende des Krieges mehrheitlich loyal zur Monarchie. Erst im Jahr 1917, als der österreichische Reichsrat am 30. Mai nach mehr als drei Jahren wieder einberufen wurde, legten die istrischen Abgeordneten Bekenntnisse zu einem südslawischen Staat ab. Mit der Auflösung Österreich-Ungarns am 31. Oktober 1918 trat die istrische Landesregierung zurück und übergab die Macht an lokale Volkskomitees der italienischen Minderheit im westlichen Istrien. Es kam in gemischten Regionen wie Pua zu Auseinandersetzungen zwischen den Italienern und Kroaten und Slowenen, die sich dem neu entstandenen Königreich Jugoslawien anschließen wollten. Nach dem Waffenstillstand von Via Giusti am 3. November besetzten am 4. November Truppen der königlich-italienischen Armee Istrien. Die Italiener eliminierten alle noch verbliebenen staatlichen Institutionen und Istrien wurde vom Königreich annektiert. Die Annexion wurde durch den Grenzvertrag von Rapallo im November 1920 bestätigt. Viele Kroaten und Slowenen wurden vertrieben oder durch eine rücksichtslose Italianisierungspolitik assimiliert. Politik Das politische System bzw. Leben Istriens wurde zuerst vor allem von der italienischen Minderheit bestimmt. Durch das Zensuswahlrecht, das auf den Besitz des Wählers ausgelegt war, waren anfangs die Italiener im istrischen Landtag in der Mehrheit vertreten. Die Kroaten und Slowenen konnten ab 1878 mit der Gründung von gemischten Parteien ebenfalls in den Landtag einziehen. Eine neue jüngere Generation von Politikern in Istrien gründete 1907, nachdem das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht eingeführt wurde. Die Sozialdemokratische Partei Istriens Istrien wurde in sieben Bezirke und 16 Gerichtsbezirke unterteilt. Insgesamt gab es zwei Markgrafen. Beide stammten aus dem Haus Habsburg-Lothringen. Zuerst herrschte Franz Josef I., danach Karl I. Punkt. Die beiden Herrscher waren auch die einzigen beiden Monarchen Österreich-Ungarns. Demografie Nach der Volkszählung von 1846 lebten in der Markgrafschaft 228.035 Einwohner, 1857 230.324 Einwohner und 1910 386.463 Einwohner. Etwa 99,6% davon waren katholisch. Der Rest verteilte sich auf Juden und Protestanten. In Istrien lebte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine alteingesessene italienische Minderheit. Nach der Einigung Italiens kam es zur verstärkten Zuwanderung aus Italien. Der Anteil der Italiener wuchs von 32% im Jahre 1846 auf 40% im Jahre 1900. Durch den Beginn und Wachstum des Tourismus kam eine zunehmende Zahl. Von Deutschen in Land. Die deutsche Bevölkerung wuchs von 1846 bis 1910 um 18%. Die der Slowenen um 7,4% und der Kroaten 3,9%. Die folgende Tabelle zeigt das Wachstum und den Anteil der jeweiligen Bevölkerungsgruppen im Kronland auf Wirtschaft. Istrien blieb trotz der Industrialisierung des Großteils Österreich-Ungarns ein Agrarland. Das Rückgrat der Wirtschaft bestand aus dem Oliven- und Traubenanbau. Etwa 80% des Öls und Weins wurde exportiert. Der Weinanbau betrug im Jahr 1882 183.280 Hektoliter. Auf Inseln in der Kwanabucht lebten die Bewohner überwiegend vom Fischfang. Die einzige nennenswerte Industrie blieb der Schiffbau, vor allem die Schiffbauindustrie für die österreichisch-ungarischen Marine. Daneben gab es Braunkohlevorkommen mit Minen in Labin und Butzit. Der Transport in Istrien wurde überwiegend vom Eisenbahn- und Schiffsverkehr bestimmt. Ähmt.